Ja, wir sind hier nicht in Holland, wie man vermuten könnte, wegen der vielen Fahrräder. Nein, wir sind immer noch in Tokio, in Tsunjuku. Ich will jetzt aber bald weiterfahren mit der S-Bahn. Und zwar, das ist die Ringbahn, das ist die Yamanote Line. Da muss ich nur mal gucken, wo ich bin. Vielen Dank.